ARD Text im Auftrag von Funk Die Kollegen im Labor entspannen bei einer Passions am Laptop. Ich mach da lieber was Sinnvolles. Da ist ja Papier. Anleitung lese ich am liebsten. Da kann man immer neue Wörter lernen. Pflegehinweise. Weißt du auf Türkisch? Bakken wie die Gigillerie. Bulgarisch, Polnisch, Slowenisch, Slowakisch, Tschechisch, Russisch. Kann ja keiner. Aber irgendetwas fehlt. Aber was? Dimension. Müll im großen Stil. Wenn du jemanden kennst, der in Mexiko City auf eine dieser Müllkippen lebt, eine dieser riesigen Müllheiden, der sich für Mülltrennung interessiert, oder du zumindest den Kontakt dort herstellen kannst, dann ruf mich an. Bald. Erhaltende Wurz